ach du ich habe noch was gefunden damit könnte ich unsere teichanlage befestigen fort gerader ist das hier ein wachhäuschen ja leider noch zu und na egal fort der h da der mann weiß wie man die tür aufmacht ja es ist also ein gedenken gedenkstätte an irgendwas militärisches hier direkt neben dem leuchtturm also der leuchtturm ist wirklich in spuckweite würde ich jetzt nicht sagen aber vielleicht von hier noch einmal guckt euch das an ehrlich ne so sieht man das alles mal ja hier stehen halt so sachen rum kleine weiß nicht sind das keine ahnung ist es auch sieht mir militärisch aus scheint irgendwas militärisches zu sein mal gucken ob da eine bohne drin ist das wird doch irgendein geschützt sein mal gucken kann man noch mal reingucken hallo ja keine ahnung was das ist brauche ich nicht ja gut ich wandere mal weiter ich wollte ja zu dieser zu dieser buhne und ja mal schauen ich glaube das kann doch ziemlich gut werden wenn man das so sieht hier fort gerader ja das ist irgendwas irgendeine festung für irgendwas militärisches man kann ja mal gucken aber aber grundinformationen oh ja das ist ja vielleicht was jetzt könnt ihr mal gucken und lesen ja für den den es interessiert einfach mal so da zwischendurch geblockt ich wünsche euch was ich gehe mal ein bisschen weiter